Unser Beispielfahrzeug hat einen geringen Glanz und einige Waschanlagenkratzer. Im ersten Schritt polieren wir mit Sonax ProfiLine Nano Schleifpolitur und Finish. Dazu das Produkt auf das Sonax Lammfellpad geben und kurz auf der Lackoberfläche verteilen. Mit 800 Umdrehungen und 10 Kilogramm Druck ca. 30 Sekunden pro Quadratmeter polieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Anschließend Drehzahl auf 1200 Umdrehungen erhöhen und mit reduziertem Druck von 1 bis 2 Kilogramm ca. 60 Sekunden weiter polieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Abschließend die Rückstände mit einem Mikrofasertuch ultrafein entfernen. Um die durch das Lammfell entstandenen Hologramme zu beseitigen, Sonax ProfiLine Nano Polish auf das mittelharte Sonax Standard Pad, orangener Polierschwamm geben und kurz auf der Lackoberfläche verteilen. Mit 800 Umdrehungen und höherem Druck pro Quadratmeter ca. eine halbe Minute polieren. Mit 800 Umdrehungen und hoher und hoher, kann man sich z рез Ahmad Berlin pressen. Mit 800 Umdrehungen und krägt man auf der Lackoberfläche verteilen. Mit 800 Unheuerung im Rahmen von 1 Kilogramm. Mit 800 Umdrehungen und hoher, kann man sich z tracing und fleren Fertig ein. Mit 800 Umdrehungen und hoher. Mit 800 Umdrehungen und hoher. Mit 800 Umdrehungen und hoher mit 100 Umdrehungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Anschließend Drehzahl auf 1200 Umdrehungen erhöhen und mit geringem Druck von 1 bis 2 kg 1,5 Minuten pro Quadratmeter weiter polieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Rückstände mit Mikrofasertuch Ultrafein entfernen. Zur weiteren Lackkonservierung empfehlen wir Sonax Profiline Hartwachs oder Sonax Profiline Nano Lack Protect. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020